Ein sogenannter Ethical Hacker hatte beim Testen der Klimabonus-Webseite die mögliche Sicherheitslücke im Zusammenhang mit der automatischen Überprüfung von Ausweisen entdeckt und umgehend das Klimaschutzministerium darüber informiert. Eine umfassende externe Überprüfung hat ergeben, dass es keine Anhaltspunkte für ein Auszunutzen der Lücke gibt. Das Tool dient eigentlich dazu, Bürger niederschwellige Informationen über den Erhalt ihres Klimabonus zur Verfügung zu stellen. Es würde offline genommen, um in weiterer Folge sämtliche Sicherheitslücken zu beheben. Für niederschwellige Informationen zum Klimabonus steht weiterhin die Service-Hotline zur Verfügung. Im Zuge der gebotenen Vorsichtsmaßnahme hat das Klimaschutzministerium auch die Datenschutzbehörde informiert. Diese hat das entsprechende Verfahren mittlerweile eingestellt, da keinerlei Daten abgeflossen sind und sofort alle entsprechenden Maßnahmen gesetzt wurden. Zusätzlich wurden externe Experten mit einer neuerlichen Prüfung des Sachverhalts beauftragt. Auch diese Prüfung kam zum Ergebnis, dass keinerlei Daten von Bürgern abgeflossen sind. Als Ergebnis dieses Vorfalls und auf Empfehlung von Epicenter Works arbeitet das Klimaministerium nun daran, ein Programm einzurichten, mit dem Menschen, die das Ministerium auf Sicherheitsverbesserungen aufmerksam machen, eine Belohnung bekommen.